So packen Sie alles. Verstauen Sie Gepäck einfach und sicher mit zusätzlichen Stauraumlösungen für Ihren BMW Gepäckraum. Die BMW Gepäckraumformmatte ist speziell für Ihr BMW Modell erhältlich. Die Matte schützt den Boden Ihres Gepäckraums, wenn Sie raue oder verschmutzte Gegenstände transportieren. Sie verhindert auch, dass Ihre Ladung verrutscht. Alternativ oder zusätzlich können Sie die BMW Schutzmatte für die Gepäckraumschwelle verwenden, indem Sie die Eckhalterungen an den Ösen fixieren, direkt hinter der Ladekante. Einfach die Matte ausbreiten und so den Boden schützen. Oder Sie rollen den Teppich aus. Schützen Sie Ihr Fahrzeug, indem Sie die Matte über die Gepäckraumschwelle legen, wenn Sie sperrige, raue, verschmutzte Gegenstände einladen. Oder wenn Ihr VIP-Fahrgast einsteigt. Fixieren Sie Ihre Ladung zusätzlich mit dem BMW Gepäckraumnetz. Haken Sie die Netzecken auf einer Seite an den Ösen des Gepäckraums ein, spannen Sie das Netz über Ihre Ladung und befestigen Sie es auf der anderen Seite. So verrutscht garantiert nichts. Diese Box hat einiges auf dem Kasten. Nutzen Sie die BMW Faltbox, um kleine Gegenstände ordentlich und sicher zu verstauen. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um alle Vorzüge Ihres BMW kennenzulernen. eine Untertitelung des Gepäckraum Machos